Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM ENEMY UNKNOWN und ja, Terma-Mission, was ich hasse. Äh, okay, das hatten wir auch noch nicht. Das ist mir persönlich noch nie passiert. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Wir haben Berichte... Jetzt lernt ich grad eine Einsatzstrafe neu dazu kommen. Ich weiß nicht, ob das... Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Okay. Feind gesichtet! Dreh das mit dir. Dreh's mit туда. Und dann provozieren, dass sie hierher kommen. So, dann NX Doing. Soll ich ja klappen. Gut gemacht. So, jetzt hierher. Immer noch so aus dem Mund dampft der eine. So, was schaff ich's? Du kannst ja mit deiner Plasma-Pistole ein bisschen verbünden. Okay. Ja, logisch. Wie den zu liebsten Druckmachbild. Und der klassische Wurf des Blutes, wenn noch einer dort... ...und der klassische Wurf des Blutes. Immer härter. Ja, dann wäre es besser, wenn es zuerst stirbt. Die Sucher sitzt immer genau dann, wenn ich es brauche, schieße daneben. Ich hoffe, dass sie den einen Panzer noch erwischt. Das kann ja sein, dass der irgendwo noch ein Gegner steht. Und der Panzer... Ich bin hier, ich bin hier. Der ist ständig, aber ich glaube, der ist eh ziemlich in Sicherheit dahinten. Wenn er halt dahinten bleibt. Der ist ständig, aber ich glaube, der ist eh ziemlich in Sicherheit dahinten. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Das ist wirklich, weil... Naja... Das ist ja, dass diese Art von Missionen hasse. Ich bin hier mit der Let's Playfield schon ein bisschen angeschaut haben. ich glaube wir sind hier nicht allein ja gut dass ich da etwas aus dem Weg machst müssen ich nicht schiff nicht die ist Oh Das ist der Kaffee. auch ja 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 Das war's für heute. 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 Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.